Am fünften wurde Apple Vision Pro vorgestellt. Von Tim Cook. Von Tim Cook, wie er sagte, but we have one more thing. Schön die Opa-Vibes rausgekommen. Der Joe Biden des Tech-Sektors. Ja. Genau. Verteilte Zukunft. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind wieder mal zerteilte Zukunft. Wir sind wieder mal Patrick Buchholz und ich bin Jan-Klaas van Tricke. Und wir fangen ja oft an mit so, es ist mal wieder was passiert. Und es ist mal wieder was passiert. It's already been a big day. But we do have one more thing. Die VRAR-Brille. So, jetzt ist wieder so zerteilt, ne? Nicht nur zerteilte Zukunft, sondern auch zerteiltes Publikum. Also ganz viele von euch werden jetzt sagen, again, ich hab die ganzen Videos schon gesehen, die ganzen Reviews, bla bla bla. Wir machen weniger so ein Review als eine kritische Betrachtung des Ganzen. Ja, auch eine Zukunftsbetrachtung. Wir müssen auch bei unserem Markenkern bleiben. Genau. Shoutout geht an einige meiner Kurse an der Fresenius. Die könnt ihr jetzt auch abschalten. Mit denen hab ich das nämlich brandheiß alles schon durchbesprochen. Aber we also got one more thing. Denn es hat sich was getan bei uns im Podcast. Was bitte? Wir werden jetzt gesponsert. Die, die uns regelmäßig haben, haben das schon in der letzten Folge gehört. Wir erwähnen das jetzt nochmal so, weil es jetzt quasi unser erster Werbepartner ist. Für uns ist es was Besonderes. Wir waren ja jetzt ein Jahr lang oder über ein Jahr pro Bono. Und jetzt haben wir endlich den Sponsor Petricor Green Hosting an Land gezogen, der unseren Podcast sponsert. Und zwar damit, dass ihr einen Discount-Code bekommt. Damit bekommt ihr 5% auf den Preis reduziert, wenn ihr eure Website klimaneutral hosten lassen wollt. Also das heißt, wenn ihr jetzt irgendwo seid bei den großen Anbietern, die man so kennt, die alle in Deutschland ihre Server stehen haben, die mit Kohlestrom laufen und mit Flusswasser gekühlt werden, was alles ganz schlimm ist und einen fürchterlichen CO2-Abdruck hinterlässt. Wenn ihr das nicht mehr wollt, dann könnt ihr jetzt zu Petricor Green Hosting wechseln mit unserem Discount-Code, ZZ-Podcast. Der Link ist in der Folgenbeschreibung. Und dann laufen eure Website, euer Blog, was auch immer, eure Unternehmensseite, mit grünen Servern auf Island. Genau. Dazu muss man sagen, Dirk, also der Chef von Petricor, ist ja sowas wie ein enger Freund von uns. Also in dem Fall ist es jetzt kein Rabatt-Code für irgendwelchen Schmink-Kram oder so. Das ist dir wichtig, das zu betonen. Ja, das ist mir total wichtig. Dass wir so komische TikToker sind. Genau, dass wir irgendwie nicht so komische TikToker sind, die jetzt irgendwie so, nein, wir wollen euch keine schlechten in China produzierten Billiguhren zu einem hohen Preis verkaufen. Keine Schminkprodukte. Dafür wären wir jetzt auch nicht die richtigen Testimonials. Also guck uns beide doch mal an. Ich glaube, das ist klar, ja. Nein, nein, aber das ist uns auch wichtig, dass das ein Thema ist, das uns am Herzen liegt. Und es geht also nicht nur darum, dass wir, also wir nehmen das Geld von Dirk auch gerne, muss man ganz einfach so sagen. Also besonders gerne, weil er ja auch Supporter der ersten Stunde ist. Also der hört uns seit der ersten Folge. Und er hostet uns jetzt auch. Das ist also auch Teil des Deals. Also auch wir sind jetzt da. Auch wir sind jetzt grün. Auch wir sind auf Island. So, und damit jetzt genug von der Rabattcode-Schleuder. Werbung Ende. Jetzt zum Thema. Apple Vision Pro. Und ich glaube, im Rahmen dessen, was wir hier besprechen, wird auch ganz klar, weshalb wir das für so wichtig halten, dass man darüber reden muss. Was ist denn das? So, also für diejenigen, die die ganzen Videos nicht gesehen haben. Das ist eine VR-AR-Brille. So, für die, die sich jetzt immer noch nichts darunter vorstellen können. Vielleicht kennt ihr VR-Brillen. Also auch im Rahmen dieser ganzen Metaverse-Diskussion und so weiter. Quests und so weiter. Diese ganzen Metaprodukte. Es gab auch so Dinger, das waren nur Behälter, wo man sein Smartphone reinklemmen konnte. Samsung hatte das auch mal. Und dann konnte man sich das auf die Nase setzen. Zum Beispiel. Genau, das ist also quasi so eine Art Riesenbox, die man sich auf den Kopf schnallt und innen drin sind. Im Grunde genommen nichts anderes als ein kleiner Bildschirm oder manchmal auch mehrere kleine Bildschirme, die einem dann das Eintauchen in eine komplett virtuelle Welt erlauben. So. Und dieses Ding war auch eng verbunden mit der Idee von Zuckerberg, dieses berühmte Metaverse. Also diese Idee, dass wir uns nur noch in virtuellen Räumen treffen. Und wir haben ja auch schon eine Folge über das Metaverse gemacht. Die verlinken wir dann nochmal in der Folgenbeschreibung. Und schon da waren wir beide äußerst skeptisch. Ne? Ja, also in irgendwelchen virtuellen Welten mit einem avatalen Badehose rumringen, waren wir, glaube ich, nicht die Einzigen, die das nicht so wirklich gefühlt haben. Genau. Aber das kam wahrscheinlich auch eher so von Zuckerberg als jetzt irgendwie von so einem Mainstream, oder? Genau. Also irgendwie seltsam. Eins meiner persönlichen Argumente war auch die Erfahrung der Corona-Pandemie. Also das klang so wie so eine Lösung für Corona. Und gleichzeitig, aber auch etwas zu kurz gedacht, weil man da sagen muss, ja, nach Corona haben die Leute ganz einfach keinen Bock mehr auf sowas. Gleichzeitig unterschlug diese Idee, also viel von dem Zuckerberg-Video damals, ja auch etwas von wichtigen Aspekten von, ich nenne das jetzt mal Sozialität. Also bei so einem Zoom-Call, da sieht man sich ja wenigstens noch ins Gesicht. Und das ist, glaube ich, gar nicht so unwichtig, dass man sieht, ob, weiß weiß ich, die Leute, die mir zuhören, gelangweilt sind oder das toll finden oder so. Und bei der Idee von Zuckerberg war es ja so, dass wir dann da alle nur noch mit unseren Avataren sitzen. Nee, da fällt unglaublich viel von Sozialität weg. Wir erinnern uns noch an die Corona-Diskussion, inwiefern das Tragen von Masken auch was mit uns sozial macht, weil wir also eben nicht mehr die ganze Mimik sehen können. So und jetzt Schluss mit dem Corona-Thema. Corona ist ja vorbei, angeblich, wie wir wissen. Ja, vielleicht auch, vielleicht, ja, es ist eine These, die ich sowieso im Kopf habe. Ich bin ja jetzt nicht hundertprozentig davon überzeugt, aber das kann natürlich auch sein, dass wir so ein Generationending erleben, dass jetzt die Gen-Alpha, wenn die jetzt irgendwie Teenager werden, also die jetzt, die nach Gen-Z kommt, quasi Gen-X, Millennial, Gen-Z und jetzt Gen-Alpha, wenn die dann eben Teenager sind, dass die vielleicht auch gar nicht mehr so viel Bock auf dieses alles im Internet virtuell digital haben. Also dass es vielleicht so ein Generationending ist, dass die dann das total Cringe finden, also wie jetzt, wie die Gen-Zs sagen würden, wenn die Eltern dann irgendwie TikTok-Accounts haben und sich selber filmen und so. Und das ist irgendwie die Kiddies der Zukunft dann gar nicht mehr machen. Könnte sein. Genau, weil für die diese Neuheit, man muss ja auch sagen, das Internet ist eigentlich ein Gen-X-Phänomen. So, also meine, meine Generation. Wir haben darauf gewartet, das war so das ewige Versprechen, das war so total toll und so. Uns kann natürlich auch zurückschlagen. Trotzdem, das Internet wird natürlich nicht weggehen. So und jetzt haben wir uns aber wieder mal in eins dieser Löcher gelabert. Wir müssen nämlich weiter erklären, was denn diese Apple Vision Pro ist. Das heißt, wir haben eben über VR-Brillen gesprochen. So. Und wir haben schon damals gesagt, dass vielleicht das Coole an der ganzen Metaverse-Idee vielleicht nicht die VR-Nummer ist, sondern AR. Im Gegensatz zu VR bedeutet Augmented Reality. Ich sehe noch die Welt um mich herum und kriege aber zusätzliche Informationen eingespielt. Also ich trage zum Beispiel eine Brille und ich befinde mich in Hamburg auf dem Rathausmarkt und ich schaue durch eine Brille, die ich sowieso schon aufhabe, auf das Rathaus. Und dann würde eventuell eine Kamera erkennen, dass das hier das Rathaus ist und würde mir anbieten, willst du zusätzliche Informationen zum Rathaus, Öffnungszeiten oder so. Du könntest sagen, ja. Und dann würden mir die Öffnungszeiten des Rathauses eingeblendet. Das ist ein alter Hut und das ist auch gar nicht so spannend. Also das hat auch relativ wenig jetzt mit der Apple-Brille zu tun. Genau. Was bei Apple, glaube ich, das Zentrale war, ist dieses Spatial Computing. Also dass wir nicht diesen Augmented Reality-Raum, wie du ihn gerade beschrieben hast, nur als Variante des Bildschirmes sehen, also dass mir halt so ein Wikipedia-Artikel eingeblendet wird, sondern dass ich analoge Elemente mit digitalen verbinden kann. Also dass im Raum sozusagen ein Computerraum erzeugt wird. Dann könnte ich zum Beispiel ein Buch nehmen und dann kann ich mit dem Finger eine Zeile markieren, kann die rausnehmen aus dem Buch und auf mein Notebook werfen. Und dann habe ich das in meinem Word-Dokument im Notebook. Also dass man so diese Elemente aus der physischen Welt mit der digitalen Welt, dass die alle miteinander verbunden werden können. Ja. Und deswegen ist dieses, also Augmented Reality, AR, es gibt doch so XR, Extended Reality. Wobei das ja auch schon anfängt mit dem Wikipedia-Eintrag zum Hamburger Rathaus. Also dass ich habe was Physisches, ich habe das Hamburger Rathaus und ich kriege digitale Dinge dazu. Oder sozusagen die Idee, dass die Navigation, also das, was ich im Moment über mein Smartphone mache, mir direkt in meine Brille gezeigt wird. Also das, was man inzwischen auch schon so in Autos, in Oberklasse-Limousinen, Head-Up-Displays und solchen Dingen hat. Und das aber dann eben verbunden auch mit der Idee, dass die Bedienung der Dinge virtuell wird. Also im Moment muss ich ja meine Computer, die mich umgeben, immer noch physisch bedienen. Da muss ich ja immer noch was anfassen. Also ich muss meine Maus anfassen, ich muss auf meiner Tastatur tippen, ich muss auf meinem Smartphone wischen. So und alle die Dinge, auf denen ich das mache, die könnten jetzt ersetzt werden durch Sachen, die zum Beispiel im luftleeren Raum sind. So, also mir wird irgendwas eingeblendet, irgendeine rote Schaltfläche und wenn ich sozusagen in die Luft tippe auf diese rote Schaltfläche, dann wird irgendetwas ausgelöst. Ja, aber man muss dann zum Beispiel nicht mehr so, was mich immer stört, U-Bahn-Türen und Kaffeeautomaten anfassen. Also gerade auch wieder Corona-Thema. Ja. Aber das ist ja auch generell eklig, also so überall anzufassen, was in öffentlichen Räumen ist, das fällt dadurch weg. Ich habe da nur noch digitale Interfaces und bediene damit die Automaten. Oder ich fasse eben Dinge an, die eigentlich gar nicht anfassbar sind. Also wenn ich jetzt eine Tastatur brauche, um etwas zu tippen, dann wird mir die Tastatur ganz einfach eingeblendet. Das heißt, da ist gar keine richtige Tastatur, sondern nur eine Tastatur, die mir eingeblendet wird. Und das Ganze wird mir so als Ebene über meine Realität drüber geschoben. Das gibt es ja auch schon. Das gibt es ja auch so bei Beamern, habe ich das mal gesehen, die dann so holographisch auf eine Tischfläche die Tastatur projizieren und dann kann man darauf tippen. Also das ist Spatial Computing. Ja. Dass Dinge im Raum als Computerraum wahrgenommen werden. Und das geht auch in die andere Richtung. Das ist auch ziemlich geil. Das hat Apple auch gezeigt in dem Video. Wenn wir einen Film gucken in dieser Vision Pro Brille, dann wird mit den Kameras der Raum, in dem wir uns befinden, aufgenommen und analysiert. Und der Sound des Films wird dementsprechend so ausgegeben, als wäre er in dem richtigen Raum. Also wenn ich Teppich an der Wand hängen habe, dann ist der Sound anders, als wenn ich in einem gefließten Raum sitze. Weil das die Brille selber berechnet. Und die, also auf der einen Seite haben wir jetzt wieder unsere Nerd-Hörerinnen und Hörer, die kennen das alles, bla bla bla. Und dann haben wir wieder die anderen, die sagen, hä, ja, jetzt labern die da, was ist das? Wo kann ich das denn mal richtig low-key ausprobieren, wie sowas aussieht? So, ich habe einen Tipp. Geht in den nächsten Lego-Laden. Aha. Da geht das nämlich. Echt, ja? Ja. Was, du kennst das nicht? Es gibt Lego-Läden. Ja, richtige Lego-Läden. Also, ne, muss man natürlich in irgendeine Großstadt, Hamburg oder Berlin oder so. Und das Coole an diesen Lego-Läden ist, dass die da schon so Low-Level-AR-Systeme stehen haben. Und es funktioniert so, ich nehme mir eine riesige Packung von irgendeinem Lego-Set, also zum Beispiel der Sternenzerstörer, so. Und die nehme ich und ich stelle mich vor einen Bildschirm. Und dann wird abgescannt, also ich werde abgescannt mit diesem Lego-Set und dann sehe ich mich wie in einem Spiegel selbst, wie ich dieses Lego-Set halte. Also wirklich real, mich und das Paket von diesem Lego-Set. Aber auf dem Bildschirm, auf dem ich mich mit dem Paket von dem Lego-Set sehe, wird das zusammengebaute Lego-Set auf der Packung angezeigt. Also man sieht den Karton quasi noch, den man in der Hand hat und darauf ist dann ... Du siehst noch den Kartons, aber darüber schwebt dann sozusagen der fertig zusammengebaute Sternenzerstörer. Dreht er sich dann auch? Er dreht sich auch, das ist total interaktiv. Das heißt, das ist dann wirklich, what you see is what you will later get. Also what you see ist das Ding, das du, wenn du es am Ende zusammengebaut hast dann ... Und ich sehe dann auch die Größe, also wie groß der Sternenzerstörer dann wirklich ist, weil der dann auch wirklich in Realgröße da ... Das ist Augmented Reality und das ist noch super Low-Level Augmented Reality, weil es nicht mit einer Brille funktioniert, sondern mit einem Monitor und so. Aber da kann man sehen, es ist unfassbar cool. Kann man auch ganz viel mit rumspielen, weil man natürlich in so einem Lego-Laden steht und dann ist man alle ... Also das Puppenhaus, den Sternenzerstörer, den Porsche, GT, irgendwas und so. Macht einen unfassbaren Spaß. So, solltet ihr mal ausprobieren, wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt. So, und jetzt kommt Apple und bringt etwas heraus, was ... Es ist nicht die erste AR-Brille, definitiv nicht. Wir werden auch nachher noch so ein bisschen über Historie sprechen. Aber es ist etwas, was sowohl als AR-Brille als auch als VR-Brille funktioniert. Man kann auch von außen so noch die Augen erkennen, wenn man jemanden anguckt, der diese Brille trägt. Es ist ein bisschen abgedunkelt, aber man kann auch dann da durchsehen durch diese Brille. Genau. Aber was dieses Ding jetzt ermöglicht ist, zum einen gibt es so eine Art AR-Modus, wo ich sage, ja, das ist in meinem Raum und damit will ich auch real interagieren. Also sozusagen ein Durchsichtmodus, so nenne ich den mal, auf den Dinge drauf projiziert werden. Also zum Beispiel, was weiß ich, irgendwelche Schaltflächen und sonstiges für meinen Computer oder so. Und gleichzeitig kann diese Brille aber auch das, was reguläre VR-Brillen können, nämlich für mich ganz einfach mal alles dunkel machen und den Fernseher, den ich habe, oder sozusagen, wenn ich fernsehen will, das unglaublich groß aufziehen, sodass mein gesamtes Gesichtfeld gefüllt ist. Und das ist die eigentliche Stärke der Vision Pro, ne? Ja. Also ich glaube, darauf liegt auch der Fokus. Wenn wir uns mal die Specs angucken, ne? Also das Ding wiegt 454 Gramm. Das ist weniger als die Quest Pro, aber da ist der Akku nicht in der Brille drin, deswegen ist es leichter. Es gibt einen externen Akku, der mit dem Kabel verbunden ist. Und das jetzt gut und schlecht. So. Also wer schon mal so eine VR-Brille aufhatte, der weiß, das wird nach einiger Zeit, tut das im Nacken weh, weil man hat ganz viel Gewicht vor den Augen. Es zieht also immer den Kopf nach unten. Es gibt auch VR-Brillen, die lösen das Problem, indem wir den Akku hinten am Hinterkopf anbringen. Dann ist das ausgewogener. Aber man hat halt immer noch eine Menge Gewicht auf dem Kopf. Und das ist, eigentlich ist das ätzend. Ja, es ist vor allen Dingen nicht so unterwegs, also mit so einem Kabel rumzulaufen, das ist alles noch, da kriegst du so 80er Jahre Vibes. Genau, und das ist halt das Nächste. Apple nimmt den Akku aus der Brille raus. Das bedeutet, die Brille wird leichter. Das heißt, es macht es einfacher, die auf dem Kopf zu haben. Aber ich hab halt dieses Kabel zu dem Akku. Und den trägt man dann in der Hosentasche. Den trägt man zum Beispiel in der Hosentasche. Und wir alle haben ja die Airport-Revolution miterlebt. Das heißt also, nur noch die wenigsten, also jetzt ich, ich Dinosaurier, haben noch irgendwie so Headsets mit Kabel, die man dann da so, ne? Und es nervt. Es nervt mich immer beim Joggen, es schlenkert rum und es ist alles doof. So, brauchen wir nicht. Die Zeiten sind in irgendeiner Form vorbei. Aber ich verstehe, weshalb die das mit dem Akku so machen. Dazu kommt, wenn man sich dieses Video anschaut, das Video ist ungefähr so 10 Minuten, dann finde ich das ganz spannend, dass da auch Personen auf dem Sofa gezeigt werden und im Bett liegend mit der Brille auf. Das ist dann der Moment, wo ich sage, da wird der Akku dann spannend. Hätte ich den Akku auf dem Hinterkopf, dann wäre es ätzend. Dann kann ich mich nicht damit hinlegen, weil ich dann ja permanent hinten auf dem Akku liege. Oder im Flugzeug oder so, ne? Oder im Flugzeug, ne? Übrigens, Flugzeug wird auch als Use Case angezeigt. Das heißt, ich trage das Ding im Flugzeug und da muss ich nicht auf den Mäusekino-Bildschirm schauen, wenn ich den Film schaue, sondern ich habe den super, mein gesamtes Gesichtsfeld. Ich sehe die ganzen anderen ekligen Leute im Flieger nicht, sondern ich sehe nur noch, was weiß ich, die Serie, die ich sehen will. Obwohl, da gibt es ein bekanntes Problem. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt bei Apple auch gelöst wurde oder nicht. Aber es gibt das Problem bei diesen Brillen, wenn man die im Flugzeug benutzt, dann spinnt manchmal das Gyroskop rum. Also wenn das Flugzeug die Richtung ändert oder es Turbulenzen hat und absackt, dann fliegt der Bildschirm weg. Also weil sozusagen die Brille denkt, die eigene Position ändert sich. Stimmt, habe ich noch gar nicht dran gedacht. Spannender Punkt und jetzt die Frage, wie das denn mit dieser Apple Vision Pro wäre. Mir fällt gerade aus, wir haben immer noch nicht gesagt, wie das Ding denn jetzt aussieht. Also für diejenigen, die immer noch kein Bild haben. Stellt euch vor, wie so eine riesige Skibrille. Eine richtig fette, mega Skibrille. Wie unser Podcast Cover, nur ein bisschen eleganter. Nur ein bisschen eleganter. Oder wie so Brillen, die man irgendwie so beim Motocross-Rennen trägt. Aber so richtig, richtig, richtig fett. Jetzt kannst du das eigentlich mal erklären. Ich glaube, das haben wir noch nie gemacht, wie dieses Podcast Cover zustande gekommen ist. Wie dieses Podcast Cover? Ja, das Podcast Cover ist mein hässliches Gesicht mit so einer Quest-Brille auf. Das ist eine Quest, ne? Das ist eine Quest. Ja, und so ungefähr sieht die aus. Aber wie Apple das halt designt, natürlich viel, viel eleganter und geschwungener. Und bessere Materialien. Glasverkleidung und so. Das sieht super aus. Ich glaube auch, wenn man das nur als VR-Brille betrachtet, ist das ein super Produkt. Ja. Also wir können jetzt nochmal so ein paar Specs durchgehen, weil es einfach fantastisch ist. 64 Mal mehr Pixel als ein iPhone. 4K für jedes Auge. Das ist unfassbar. Also das ist besser mit Abstand als alles andere, was existiert. Dann sind da zwei Chips drin. Also dieser M2-Chip ist irgendwie der Hauptprozessor. Und dann nochmal den R1-Prozessor, um die Verzögerung zu eliminieren. Das heißt, alles, was da passiert, ist unter 12 Millisekunden verarbeitet. Also wenn man irgendwie was bewegt oder im Raum bewegt sich was, ist das schneller auf dem Bildschirm als ein Wimpernschlag. Ja. Das heißt, man merkt keine Verzögerung. Das ist im Grunde Echtzeit. Genau. Wahrgenommene Echtzeit. Das war bei ganz vielen AR-Systemen bisher ein wahnsinniges Problem. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb Leute Cyber-Sickness entwickeln. Das ist so eine Art digitale Variante von Reisekrankheit. Kurz nochmal erklärt, wie Reisekrankheit funktioniert. Wenn ich hinten im Auto sitze und ich lese ein Buch, dann wird mir schlecht. Wieso? Weil mein Körper auf mehrere Arten und Weisen wahrnimmt, wo ich mich denn gerade befinde. Zum Beispiel durch mein körpereigenes Gyroskop quasi. Das heißt also, wenn ich hinten im Auto sitze und ich fahre durch eine Kurve, dann merkt mein Hintern, es bewegt sich was. Ich merke Fliehkräfte, mein Körper bewegt sich. Meine Augen, wenn ich jetzt aber zum Beispiel TikToks anschaue oder ein Buch lese oder sonstiges, die merken das nicht. Und dieser Disconnect, der sagt dann in irgendeiner Form, Moment, 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 hier läuft irgendwas schief und dann wird einem schlecht. Deswegen muss man ja auch, wenn man Reisekrankheit hat, in irgendeiner Form zum Beispiel nach vorne rausschauen. Damit ich in irgendeiner Form meine visuelle Info wieder mit meiner körperlichen Info synchronisiere und dann wird's besser. Ja, zur Seite rausschauen funktioniert auch nicht, ne? Zur Seite funktioniert auch nicht so richtig gut. Also am besten nach vorne rausschauen, dann wird's in irgendeiner Form besser. Und Cybersickness ist im Grunde das Gleiche nur umgedreht. Also dass die Augen Bewegung bekommen, aber quasi das Innenohr keine Bewegung wahrnimmt. Und das erzeugt dann auch einen Wahrnehmungskonflikt, der halt im Grunde nur andersrum ist. Oder ich bewege meinen Kopf ganz schnell. Dementsprechend müsste sich ja auch mein, also in einer virtuellen Umgebung, ich bewege meinen Kopf ganz schnell. Und das Bild kommt nicht nach, das Bild zieht erst nach. Das heißt also, mein Körper merkt schnelle Bewegung des Kopfes. Meine Augen merken, äh, jetzt erst. Ja, da gibt's auch eine Gifthypothese zu, ne? Kennst du die? Eine Gifthypothese? Ja, das ist quasi der Grund, warum es dann schlecht wird. So die Hypothese, dass falls wir uns vergiftet haben, also irgendwie giftige Pilze oder sowas gegessen haben und die Halluzination erzeugen, dass es so schnell wirklich aus dem Magen rauskommt. Ah! Ah, das heißt also nach dem Motto, weil ich das quasi als Halluzination wahrnehme, weil es nicht real ist, sagt mein Körper, raus mit dem Giftpilz, Quatsch. Und deswegen wird mir schlecht und ich muss mich dann übergeben. Ja, ist aber nicht belegt bis jetzt. Das wilde Hypothese. Ja, schon interessant. Ja, und interessant ist, dass Apple halt sagt, durch diesen Prozessor wäre das weg. Wobei ich mich da frage, wo ist da der Zusammenhang? Also, wenn ich jetzt irgendwie da Achterbahn gucke auf der Brille und eigentlich nur sitze auf der Couch, da kannst du ja so schnell computen, wie du willst. Das Problem ist ja nicht gelöst. Das Problem ist nicht gelöst. Und zusätzlich muss man sagen, Cyber-Signess habe ich bei AR sehr viel weniger als bei VR. Weil ich ja bei AR eigentlich immer durchschaue. Das heißt, ich sehe ja, was wirklich da ist und dementsprechend habe ich keinen Disconnect. Ja. So. Das ist also ein VR-Problem eigentlich. Und da sind wir eigentlich schon an dem spannenden Punkt. Also, wir glauben, wir sind uns einig, als VR-Brille super Ding, super Produkt. Aber es ist halt nichts, was die Welt irgendwie revolutioniert. Also, wir sind nicht an diesem iPhone-Moment, wo wir jetzt sagen, ah, okay, jetzt haben wir ein Produkt, was wirklich jeder haben will, was jeder kauft und worauf wieder eine ganz neue Industrie entsteht und ganz neue Use-Cases in sich entwickeln. Das sehe ich bei der Vision Pro als VR-Brille nicht. Genau. Vor allen Dingen nicht, weil die 3.500 Dollar kostet. Ja, das kommt auch noch dazu. Das Ding ist unfassbar teuer. Und, ach ja, die gibt es nicht zu kaufen, ne? Also, erst nächstes Jahr. Ja, erst nächstes Jahr, nur in den USA. Und, also, interessant auch, dass, ich glaube, die Investoren haben das auch so ein bisschen wahrgenommen, ne? Also, der Aktienkurs ist tatsächlich gefallen während der Präsentation, ne? Genau, direkt danach ist der Aktienkurs ein bisschen gedippt. 3 Prozent, ja. Aber, ja, wirklich, wirklich unerheblich. Ja, ja, das ist nicht wesentlich, aber ... Ist nicht wie der enorme Meta-Dip nach der Bekanntgabe der Geschäftszahlen. Ja. Ja. Aber, das ist die Frage. Ist das so ein iPhone-Moment? So, die Frage ist, ist der iPhone-Moment wirklich so geil, wie wir immer glauben? Hm. Wer weiß. Behalten wir es mal im Hinterkopf und behalten wir den iPhone-Moment. Den holen wir sozusagen immer wieder vor. Jetzt fangen wir ein bisschen an mit Geschichte. Denn, das hat es alles schon mal gegeben. Diese Idee mit AR wird super. Und das war Google Glass von 2012. Das war auch die Idee einer AR-Brille. Und Google war da auch richtig weit. Es gab auch schon Commercials und so. Nur ist das Ding grandios gefloppt. Das wollte keiner haben. Jetzt kann man sich ja fragen, wieso ist Google Glass gefloppt? Und wenn man dann diese Gründe für die Flops hat, kann man sich ja fragen, bei denselben Gründen, wenn wir die jetzt auf die Vision Pro von Apple anwenden, wird das auch ein Flop oder nicht? Ein wichtiger Flop-Punkt bei der Google Glass war die Frage nach der Infrastruktur. Damit ich AR gut benutzen kann, muss das überall funktionieren. Nicht nur bei mir zu Hause. Das bedeutet aber auch, dass überall, wo ich mich befinde, unglaublich viel an Daten gesendet werden muss. An diese Brille. Dementsprechend brauchen wir unglaublich gute mobile Daten. Daten, quasi 5G an jeder Milchkanne, um mal eine glücklose deutsche Ministerin zu zitieren. Vielleicht sogar mehr. 7G, 28G, 35G. Die Datenraten werden unfassbar groß sein, die wir dafür brauchen. Und das vor zehn Jahren war das einfach noch nicht gegeben. Nein, das war nicht so. Und jetzt kann man sagen in Ansätzen, ja, man kann es sich vorstellen. Und es ist nicht nur das. Es sind natürlich mehrere Probleme, dass auch die Computing-Power einfach noch nicht so weit war. Also es gibt so Testvideos von vor zehn Jahren, wo es dann einfach noch ruckelt, wenn man da irgendwie eine Wikipedia-Seite aufruft in dieser Brille. Das ist einfach für die Leistung, die man dafür eigentlich bräuchte, wäre diese Brille dann viel zu groß geworden. Genau, und viel zu schwer. Und viel zu schwer, das war einfach noch nicht so weit. Dann Akkus. Also ganz einfach, wie gut waren die Akkus damals? Wie viel Energie verbrauchte das damals? Im Grunde genommen hätte ich ja die ganze Zeit mit dem Rucksack rumrennen müssen und irgendwie 20 Kilo Akku schleppen müssen. Ja, ja. So, und der Akku von der Vision Pro soll angeblich so zwei Stunden halten. Ja, 6500 mAh. Aber man kann ihn, glaube ich, auch ersetzen mit Akkus von Drittanbietern, die dann mehr Leistung haben. Ja gut, aber das sind alles Fragen der Zeit. Genau, das wird dann... Weil Apple hat jetzt natürlich noch den großen Vorteil im Vergleich zu Google damals, dass sie einfach die Infrastruktur für den Vertrieb haben. Also die haben eigene Stores, wo die das anbieten können. Die haben natürlich die Erfahrung auch, solche Sachen zu vertreiben. Und die haben die Marke dafür. Wohingegen bei Google hatten wir, glaube ich, soweit ich mich da zurückerinnern kann, hatten wir alle so den Eindruck, okay, jetzt kommt diese Datenkrake und jetzt will die auch noch in den Consumer-Elektronik-Markt rein. Genau, und das ist der Punkt. Apple ist schon im Endkonsumentensegment und super erfolgreich. Das heißt, da gibt es schon ein Ökosystem von Geräten. Und Apple ist ja super darin, dieses Ökosystem sehr gut geschlossen zu halten. Das kennen alle, die mal versucht haben, sich von einem Apple-Gerät auf ein Android-Phone oder so umzugewöhnen oder umgekehrt. Und dementsprechend sind die Kunden schon auf Apple trainiert, auch die Geräte sprechen miteinander. Und machen wir uns nichts vor, die Kunden von Apple sind auch darauf trainiert, so richtig derbe, finanziell abgezockt zu werden. Die beschweren sich ganz einfach nicht. Ende. Zahl ich halt mal dreieinhalbtausend für so eine doofe Skibrille. Ja, das wird auf jeden Fall passieren. Aber das ist wichtig. Also Google war, wie du sagtest damals, so die Datenkrake und so. Die hatten aber, ja, da dachte man, okay, das ist jetzt das erste Produkt, wäre das von denen, also das erste tangible Produkt. Und Google Phone, gab es ja auch mal eine Zeit lang, ist dann auch wieder weg. Während wir bei Apple als Endkonsumenten, wir wissen, wie sich das anfühlt. Das gute Gefühl, das gute Design von einem iPhone. Ja, die Marke transportiert das einfach. Genau. Und deswegen ist da, also sozusagen auch Infrastruktur als Vertriebsökosystem, als Konsumökosystem, das ist da wichtig. Und das ist da sehr, sehr, sehr viel besser als bei Google Glass. Und ich glaube, daran knüpft auch direkt das zweite Problem an, nämlich die soziale Akzeptanz. Genau. Dass wenn du den ersten Schritt schon quasi nicht richtig gehen kannst, dann wie das halt so ist im Internet, dann kommen die ganzen Leute und setzen sich da oben drauf. Und dann wird nur noch rumgemeckert über die Sekundärprobleme. Und das eins ist ja zum Beispiel dann eben der Datenschutz. Ja. Das ist jetzt gar kein Thema mehr, zumindest in den USA überhaupt nicht mehr. Das war bei Google Glass noch anders. Also da haben die eher so drüber geredet, wie wir auch als Deutsche darüber reden. Ja. Das ist ja fürchterlich, wenn man da seine Umwelt ständig filmt und die Leute aufnimmt. Ja, das verstößt ja gegen den Datenschutz. Das wurde dann zu einem Problem von Google von vor zehn Jahren, auch in den USA. Das hat sich heute geändert. Also heute sind wir viel mehr daran gewöhnt, dass überall Kameras sind und die Leute ihr Handy rausholen und draufhalten. Und auch in Deutschland, also Dashcams und solche Sachen, permanente Überwachung. Die Tatsache, dass wir im Grunde genommen ganz viel von dem Computing, was wir früher auf Laptops, also erst mal auf Desktop-PCs, dann auf Laptops, dann auf Tablets. Das machen wir jetzt auf unseren Smartphones. Also im Grunde genommen haben wir den Spion in der Tasche und wir finden es cool. Damit haben wir uns inzwischen schon abgefunden. Und ich glaube, dass die soziale Nummer, die soziale Akzeptanz, das war auch einer der Gründe, nicht nur weshalb Google Glass gefloppt ist, sondern auch, weshalb die Metaverse-Ideen gefloppt sind. Also die soziale Akzeptanz von, ja, wir treffen uns jetzt alle mit unseren Avataren, die war halt noch nicht da. Die ist auch immer noch nicht da, darauf haben die Leute immer noch keinen Bock. So, und jetzt muss man natürlich sagen, ja, ich gebe dir völlig recht, die soziale Akzeptanz ist jetzt größer. Aber, aber, in den Kursen, in denen ich an der Fresenius mich mit meinen Studierenden darüber unterhalten habe, ist Folgendes passiert. Es gibt in diesem Clip, den wir natürlich auch verlinken, so eine schöne, schöne, schöne Stelle, wo eine Benutzerin von dieser Vision Pro, die sitzt auf dem Sofa und dann kommt sozusagen eine Freundin rein. Und die interagieren total natürlich. So, und in beiden Kursen brach dann Gelächter aus. Weil das ganz einfach unglaublich, ne, jetzt sagt der alte Sack, das junge Leute-Wort Cringe rüberkommt. Ja, Katastrophe. Also es gibt auch so einen YouTuber, der hat das getestet und der hat sich dann mit dieser Apple-Brille in ein Restaurant gesetzt. Und der meinte so, als er die wieder abgesetzt hat, ist ihm erst mal aufgefallen, wie seltsam und dämlich das war. Genau, also es ist nach wie vor weird. Das heißt, die soziale Akzeptanz, Datenschutz, die mag jetzt da sein, aber deswegen laufen wir nicht alle permanent mit diesen Mega-Ski-Brillen rum und so. Also, da ist dieses Moment, wo, glaube ich, Apple ein bisschen in die falsche Richtung geht. VR, super, aber das AR-Ding, was jetzt eigentlich sozial akzeptierter wäre, was technologisch besser funktionieren würde, haben sie wieder durch diese Klobigkeit, dieses Helmes, den man dann da auf hat, nicht genutzt. Und das ist der Punkt, wo man rückblickend zu Google Glass sagen muss, die Vision, die die damals hatten, die war dafür sehr viel besser. Das war nämlich nichts anderes als eine Brille, so wie ich die jetzt auf der Nase trage, weil ich kurzsichtig bin. Ganz einfach mit so einem gewissen klitzekleinen Clip drauf. Easy, alles gar kein Problem. Ja, du konntest deine eigene Sehstärke auch verwenden quasi. Du konntest dir speziell deine Gläser anfertigen lassen und in die Google Glass einsetzen. Ja, so. Riesenvorteile. Und Riesenvorteile, das hätte damals auch nicht geklappt wegen all dem Ganzen, also Rechenkapazität, Akkuleistung, egal, ist die Historie. Wir reden über das jetzt und wir reden über die Vision Pro. Aber, ne, das ist der Punkt. Also, wir werden nicht in diesen Cafés sitzen und alle haben diese Dinger auf. Schluss. Aber, Use Cases, Wirtschaft, das ist nämlich der Punkt, wo sich Sachen entscheiden. Wieso ist unser Smartphone so erfolgreich? Weil unser Smartphone 5.895 Use Cases hat, die wir alle einsehen. Und das Krasse an ganz vielen von diesen Use Cases ist, dass diese Use Cases andere Dinge unnötig gemacht haben. Kameras zum Beispiel. Also, wer aus irgendwelchen Fotografie-Weirdos hat denn noch eine Kamera? Also, 99,9% aller Fotos werden inzwischen mit Smartphones gemacht. Diktaphone. Diktaphone. Wer hat sowas noch? Genau. Ja, das heißt, das Smartphone ist das Multifunktionsgerät. Und das ist jetzt der Punkt. Eventuell ist diese Brille, also jetzt nicht die Apple Vision Pro, nicht dieses Riesen-Ski-Monster-Brillengerät, aber die Nachfolger davon. Ja. Das sind die Dinger, die Smartphones überflüssig machen werden. Ja, das wird das neue Smartphone. Also, das Konzept von Google Glass mit der Hardware und dem Design der Apple Vision Pro. So sehe ich quasi das iPhone-Moment. Genau. In den nächsten Jahren. Ja, wenn das kommt. Dann wird es auch wirklich disruptiv, weil dann nämlich wieder ganz viel plötzlich weg ist. Ja, das Smartphone ist weg. Das Smartphone ist weg, aber noch ganz viele andere Dinge sind weg. Dann sind nämlich plötzlich, wenn dem wirklich so ist, dann sind alle Monitore weg. Ja. Fernseher sind dann weg. Endgültig. Sämtliche Bedienoberflächen von Automaten, von Getränkeautomaten oder so, weg. Genau. Alle Peripheriegeräte fürs Computing sind dann weg. Mäuse sind weg. Mäuse sind weg. Tastaturen sind weg. Tastaturen sind weg. Scanner sind weg. Weshalb? Weil ich brauche nichts mehr zu scannen. Ich lese die Buchseite und tippe dann einmal die Befehle ein und das macht sozusagen sofort ein Screenshot. OCR, zack, habe ich das sofort als PDF. Ja, Keycards für Türen, weg. Ja, alles sofort weg. Das heißt, die Use Cases, die sind unglaublich und die sind sozusagen mit den Händen zu greifen. Ja, genau, weil es hands-free wird. Deine Hände sind befreit. Meine Hände sind wirklich befreit. Meine Hände kann ich wirklich für alles nutzen, weil ich nichts mehr festhalten muss. Diese sozialen Phänomene, die wir haben, dass die Leute dann sich wundern, wenn irgendjemand auf einem Konzert ist und die ganze Zeit in seinem Smartphone glotzt und eigentlich den echten Moment mit seinen eigenen Augen nicht wahrnehmen kann. Das Problem fällt dann weg. Du kannst aufnehmen und gleichzeitig das selbst erleben. Ja, und da sind wir wieder bei sozialer Akzeptanz. Also ich erinnere mich noch an diese, das ist auch so Boomer-Mist und so und auch noch so Gen-X, die sagt, ja, damals haben die Leute alle auf so Bon Jovi-Konzerten immer noch das Feuerzeug hochgehalten. Jetzt halten sie alle nur ihr Smartphone hoch. Äh, seid ihr alle doof? Nein, das ist ganz einfach die neue Realität. Boomer. Okay, Boomer. Geh nach Hause. Die Zeiten ändern sich. Ja, und vor allem, weil viel weniger Menschen rauchen einfach. Ja, genau. Und weil viel weniger Menschen rauchen. Also, wie gesagt, die Zeiten ändern sich. Ja, und jetzt glotzen die halt dann nicht mal auf ihr Smartphone. Oder wie oft denkt man sich, okay, ich würde jetzt gerne, wenn man Kinder hat, ja, oder Neffen, man denkt sich, cool, das könnte man aufzeichnen, aber man will ja nicht auf sein scheiß Gerät glotzen. Ja. Ja, und dann dadurch die eigene Erfahrung nicht mehr haben. Und in dem Fall ist dann sofort, die ganze Welt wird POV, Point of View. Meine Augen sind sozusagen die Kameras. Und was auch geil ist, das hat Apple auch angedeutet, dass sogar 3D-Aufnahmen können, Also, dass du das aus deinem Point of View aufnimmst und dann später aber in der Wiederansicht das aus einem anderen Blickwinkel betrachten kannst. Wobei ich nicht weiß, wie genau die das machen. Ja. Könnte zum Beispiel auch so sein, durch AI generiert. Das Ganze wird natürlich nahtlos integriert mit KI. Also auch allein die Tatsache, dass meine Handgesten erkannt werden, ist natürlich auch KI und so leider. Dieser Vision Pro hat auch unfassbar viele Sensoren. Zwölf Kameras. Fünf Sensoren und leider. Also, der Wahnsinn. Aber da ist natürlich auch Spracherkennung drin. Das heißt, also, wie werde ich dieses System benutzen? Durch eine Mischung aus Handgesten und Spracherkennung und solchen Dingen. Also, die Use Cases sind der Wahnsinn. Aber ganz viele von diesen Use Cases, die wir jetzt hier sehen, sind Use Cases, die ich noch in der Zukunft sehe. Das bedeutet aber nicht, dass ich sage, dieses Ding könnte nicht ein großer Erfolg werden, weil ich nämlich glaube, dass diese Dinger ein großer Erfolg werden in sozialen Umgebungen, die nicht die Freizeit sind. Also, so Büros und solche Dinge. Offices. So, wenn wir da alle diese Brillen aufhaben. Ein Büro ist ja ohnehin eine regulierte Umgebung. Das heißt, da gehe ich hin, um zu arbeiten. Nehmen wir mal an, ich arbeite in einem Lager. Dann werden mir Dinge vorgeschrieben. Dann heißt das, Jan, du hast hier die Uniform des Logistikdienstleisters zu tragen. Du musst hier, weil das wichtig ist, Stahlkappenschuhe tragen und solche Dinge. Wenn ich in der Bank arbeite, muss ich einen hässlichen Schlips anziehen und so, ne? Dresscode. Deswegen, in so einem Büro können die ja ganz einfach sagen, nein, wir tragen jetzt alle diese Brillen, weil es das alle wirklich sehr viel produktiver macht. Das heißt, da ist dann der Cringe-Faktor nicht so hoch wie, ich sitze jetzt alleine im Café und bin jetzt der einzige Depp, der die Brille auf hat. Ja, und auch, ich glaube, dass die Apple Vision Pro schon erfolgreich werden wird. Selbst wenn man da in die Geschichte guckt, das iPhone war auch nicht das, also es war mitnichten das erste Smartphone, es war aber auch mitnichten das erste erfolgreiche Smartphone. Ne, es war nur das erfolgreichste Smartphone. Also wenn wir da zum Beispiel gucken, dass LG ein Jahr zuvor das KE-850 Prada rausgebracht hat, ne? Also das erste Smartphone mit kapazitiven Touchscreen. Das auch noch richtig gut verkauft wurde, ne? Also die haben direkt... Ja, eine Million Einheiten oder was? Im ersten Jahr direkt eine Million Einheiten verkauft. Da gab es sogar einen Lawsuit dann, die haben Apple verklagt, dass sie das Design geklaut haben und so, die haben sich dann später geeinigt. Ja, aber Apple hat da einfach nur die Sache verbessert, ne? Wie nennt es das? Genau, das ist so ein BWL-Begriff, ne? Das hast du in der letzten Folge schon gesagt. Genau, modifizierender Folger. Ja, genau. Also es gibt einmal so das Konzept, ich bin der Innovator, der Pionier, ich erfinde das, so, und dann gibt es den ganz einfach, den Nachahmer, den Imitator, der sagt, ah, super, du hast jetzt gerade, was weiß ich, Nussschokolade erfunden, mach ich auch, Nussschokolade, easy, kann ich auch. Und dann gibt es den modifizierenden Folger und das sind die Leute, die sagen, okay, da gibt es irgendwelche Dinge, und ich bringe das alles zusammen und entdecke dann darüber halt neue Use Cases. Das ist sozusagen so, ach so, semi-innovativ. Aber, machen wir uns nichts vor, genau das ist Apple. Apple ist nicht innovativ. Apple ist immer nur semi-innovativ. Das Geniale an Apple, an ganz vielen von diesen Apple-Produkten, ist aber eben das, dass sie genial modifizierend folgen. Dass sie Trends aufnehmen, dass sie Technik aufnehmen, die schon da ist, dass sie Use Cases zu Ende entwickeln, in ein wunderschönes Paket packen mit einem ganz, ganz, ganz tollen User-Interface innerhalb eines technologischen Ökosystems. Und dann klappt es. Und wenn wir uns so ein bisschen die Timeline mal angucken, wie Technologie sich so entwickelt. Das erste smarte Gerät war 13 Jahre vor dem iPhone. Also, es waren damals diese PDAs. Du kennst die wahrscheinlich noch, ich kann mich nicht daran erinnern. Ach Gott, ja. Ja, ja. Ich habe noch so Tastaturen ausgeklappt. Also, die ersten Geräte, die so Telefon, Computer, Kalender, Taschenrechner in einem waren. So, nur halt dann am Anfang ohne Touchscreen. Und das hat dann 13 Jahre einfach gedauert, bis es zu dem Smartphone kam. Und wenn wir jetzt gucken, Google Glass, ja, das war vor elf Jahren, ne, also vielleicht, oder vor zehn Jahren. Vielleicht 2026, nach 13 Jahren, ist dann wieder das Moment, wo die Welt bereit ist, technologisch und sozial und kulturell, dass dann diese Idee, dieses Konzept nochmal aufgegriffen wird und dann veredelt wird. Und das ist auch der Punkt, wo wir über den Preis reden können. Ach, diese 300.000 Dollar, die sind unfassbar viel. Das ist kein Massenmarktprodukt. Aber PDAs, der Nokia Communicator und so, ne, das waren Luxusprodukte. Das waren absolute Luxusprodukte für eine Elite. Also, in dem Fall dann so Wirtschaftsfuzzis. Weil mobiles Internet noch richtig, richtig, richtig teuer war. Das heißt, auch da werden wir das sehen, was wir immer sehen. Die Technologie wird, wenn sie einmal da ist, wird einfacher, besser, wird raffinierter, wird günstiger. Und am Ende kann ich das dann auch gebraucht in der Pfandleihe meines Vertrauens irgendwann mal kaufen, nach ein paar Jahrzehnten. Das ist immer so. Das wird immer so sein. Der spannende Punkt, das ist ja eigentlich der Punkt, über den wir uns unterhalten, ist, dass jetzt der iPhone-Moment, also der Moment, wo etwas für Apple abhebt. Und ich glaube, da sind wir uns einig, so richtig glauben wir da nicht dran, dass das ein iPhone-Moment ist, oder? Ich sehe es noch nicht. Also, das heißt nicht, dass Apple das noch haben kann mit einem anderen Gerät, mit einem Nachfolgermodell oder mit einem, sozusagen einem Schwestermodell, was dann eher sich an den Google Glass orientiert. Aber dieses Modell wird es nicht sein. Da bin ich mir relativ sicher. Aber ich kann mir vorstellen, so 2026, mal gucken, was Meta noch macht in der Zeit mit ihren Questbrillen. Vielleicht kommt Google ja auch noch mal zurück, man weiß es nicht, oder ein komplett anderer Player. Und dass wir so 2026 dann noch mal so eine richtige AR-Brille haben, die nur AR macht und nicht VR. Und die man auch unterwegs und draußen in der Öffentlichkeit tragen kann, die sozial akzeptiert ist. Das ist auch eine spannende Frage. Vielleicht kann die Vision Pro zu viel. Vielleicht ist das so, da wollte man mal die eierlegende Wollmilchsau und am Ende könnte ich ganz viele von den Problemen lösen. Also zum Beispiel das Klobigkeitsproblem, was dann ja zu einem Sozialproblem wird, indem ich dieses Bündel wieder aufschnüre, indem ich Unbundling betreibe und sage, nee, nee, eigentlich müssten das zwei Produkte sein. Zumindest mit der Technologie, die wir jetzt haben, damit es nicht ganz so klobig ist. Also Wearability, das ist ein unglaublich wichtiges Ding. Übrigens in dieser Präsentation, in diesem Video wird ganz viel über Wearability geredet. Also auch, dass dieses, das hat man hinten mit so einem relativ engen Band am Kopf und da wird auch gesagt, ja, es ist extra luftdurchlässig, damit man nicht schwitzt und so. Ja Käse, ey, wenn man eine 45 Kilo Frau ist, ja, dann schwitzt man nicht. Aber an alle leicht übergewichtigen Tech-Nerds da draußen, wenn ihr das vier Stunden auf dem Kopf habt, ihr werdet schwitzen. Genau. Und vor allem werdet ihr schwitzen, wenn ihr das auf dem Kopf habt, in klimatischen Bedingungen wie diesen. Also heute in Hamburg 26 Grad, bei dir in Berlin waren es sogar fast 30, ne? Ja. Also, ich schwitze schon unter meiner Baseballkappe, so. Ja. Also. Ne, es funktioniert noch nicht. Genau, es funktioniert noch nicht. Dann die Nummer mit der Batterie, die muss halt anders, ne? Das ist die Frage, worum geht's da? Also drehe ich da eher an der Stromverbrauchsschraube, damit ich eine kleine Batterie einsetzen kann? Hoffe ich auf Innovation bei der Batterie, dass die also noch kleiner wird oder so, ne? In dem Moment erhöhe ich dann auch die Wearability. Ja, oder bei den Prozessoren, ne? Oder dass man dann vielleicht das so ein bisschen wie dieses Edge-Computing von Netflix outsourced an die Geräte um einen herum. Also, dass die Rechenleistung nicht unbedingt in der Brille stattfinden muss, ne? Genau. Was dann aber wieder heißen müsste, ich brauche eine noch größere Vernetzung. Ja. Ja. Also, wenn ein Teil des Computings im Funkmast stattfinden muss, in dessen Nähe ich mich befinde, grandiose Idee, ne? Aber das On-The-Go, während ich laufe, uiuiuiui. Da reden wir dann wirklich von 35G. Ja, ja. Da sind wir noch nicht. Ne? So. Also, ihr seht, wir sind da ein bisschen von begeistert. Wir haben das Gefühl, dass wir noch ein weiterer Schritt in eine der zerteilten Zukunfts. Aber, ja. Das ist ein Schritt, die Treppe rauf, aber eben nur einmal so eine Treppenstufe rauf. Und das ist jetzt nicht der nächste große Sprung. Ja. Ja. So. Aber, das Ding kommt erst in einem Jahr raus. Und zu guter Letzt würde ich gerne noch ein bisschen darüber spekulieren, was das denn heißt. Erst in einem Jahr. Das gibt doch jetzt allen anderen die Chance, ein Jahr lang nachzukarten, oder? Ja, genau. Also, auch vom europäischen Markt. Das kommt ja erst in den USA raus. Genau. Meta zum Beispiel, die werden jetzt alle versuchen nachzukarten. Und jetzt natürlich, wenn ich etwas ankündige für in einem Jahr und ich mache einen tollen Imagefilm darüber, dann bedeutet das, das, was ich da ankündige, kann das, was ich da ankündige, im Moment noch nicht. Ich hoffe darauf, dass das in einem Jahr funktioniert. Das ist so ein Mock-up. Wir erinnern uns an den Nikola Truck, der auch nur ein Mock-up war. Ich glaube, ganz so krass ist Apple nicht, aber ... Nein, 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 nein. Die werden dann, die, ich, also gerade Apple wird da eine sehr, sehr, sehr ordentliche Delivery-Timeline haben. Also, wenn die sagen, das soll in einem Jahr, dann gehen die auch davon aus, dass die in einem Jahr dann in der Lage sind, in den ganzen Apple-Stores Dutzende von diesen Brillen zu haben. Die Leute werden natürlich wieder davor campen und so. Aber trotzdem, das ist noch ein Jahr. Das ist aber natürlich ein Bold-Move. Ich habe sowieso das Gefühl, wir bewegen uns im Moment so im Zeitalter der Bold-Moves. Also, so ähnlich wie OpenAI mit Chat-GPT, die dann ganz einfach sagen, nee, wir kommen jetzt ganz einfach raus. Also, auch wenn es so ein bisschen MVP, Minimal Viable Product ist, wir kommen jetzt ganz einfach raus und setzen damit die anderen auch so ein bisschen unter Zugzwang. Und das ist auch hier passiert. Also, Apple ist jetzt ganz einfach vorgeprescht und alle anderen müssen jetzt erst mal reagieren. Naja, es bleibt spannend. Warten wir es ab. Wir halten euch auf dem Laufenden, was das angeht. Wir halten euch auf dem Laufenden und vielleicht haben wir durch ganz viel Sponsorengelder dann so viel Geld zusammen geheimst, und dass wir dann uns auch so eine tolle Brille kaufen. Ja, wenn Apple unbedingt möchte, dass derzeit der zukünftigen Podcast-Cover updatet. Genau, dann soll dir das. Wir nehmen gerne ein Modell zum Sponsoring-Zwecken an. Ja, lieber Tim Cook, wir haben keine Witze über dich gemacht, dass du der Joe Biden der Tech-Welt bist. Nein, haben wir nicht. Ich habe es wieder versaut, ne? Nein, das ist nicht passiert. Es ist nur... Ne? Schneiden wir raus. Wir wollen auch so ein Ding. Bitte. Ja. Okay. In diesem Sinne, wir hoffen, das hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.